Wirtschaftsminister Robert Habeck ist gestern total im Gleis. Er bezeichnete die deutsche Polizei als Nazi-Truppen und wird dafür vom Polizeichef Rainer Wendt komplett zerlegt. Alle Details in diesem Video, los geht's! Der aktuelle Dauerbeschuss der Minister geht den Grünen mächtig an die Nieren. Weil klar, es ist ja auch ein riesengroßer Unterschied, ob du deine wahnsinnige Ideologie nur in der Theorie forderst oder ob du sie in der Praxis umsetzen musst. Weil früher konnten sie klar in der Opposition immer viele Sympathiepunkte bringen, weil da hat man noch nicht gemerkt, was das in der Praxis bedeutet. Aber jetzt in der Regierung, wo sie die ganzen Sachen umsetzen, werden sie von allen Seiten angegriffen und beschossen. Und ich finde zu Recht, denn das, was die Grünen nämlich verbrechen, das ist echt nicht mehr hinnehmbar. Und deswegen bekommen die Grünen, wie gesagt, sehr viel Gegenwind, sowohl in der eigenen Regierungskoalition als natürlich auch von der Opposition und in den sozialen Medien zu Recht. Und mittlerweile merkt man, wie angeschlagen die Grünen wirklich sind und dass sie immer mehr Fehler machen. Und gestern ist Robert Habeck mal wieder komplett aus der Reihe gefallen. Die Welt schrieb nämlich Folgendes. Was es heißt, wenn Habeck die Polizei als Rollkommando bezeichnet. Am 40. Juni 23 sagte Habeck nämlich an der Veranstaltung des Bundesumweltnaturschutz in Deutschland, die Kriminalisierung, wie sie es genannt haben, also Rollkommandos brechen in Wohnungen von Aktivisten ein, ist natürlich völlig absurd. Tja, und mit Rollkommandos meinte der Vizekantler die von den Gerichten angeordneten Durchsuchungen in Wohnungen und Büros von den Klimaextremisten der letzten Generation. Tja, und das ist schon ziemlich krass. Als ich das gelesen habe, da konnte ich erst gar nicht glauben, dass Robert Habeck wirklich sowas gesagt hatte. Und da musste ich mir erst mal das Originalinterview dazu anschauen. Schaut mal hier. Die Kriminalisierung, wie sie es genannt haben, also Rollkommandos brechen in Wohnungen von Aktivisten ein, das ist natürlich völlig absurd. Es ist ja nicht eine Gründung einer terroristischen Vereinigung. Also das finde ich auch nicht richtig. Ich finde aber auch die, wenn wir darüber reden, die Proteste der letzten Generationen nicht richtig. Also Habeck hat es tatsächlich gesagt. Er bezeichnete die Polizei als Rollkommando, als sie eine völlig legitime Durchsuchung bei der letzten Generationen gemacht hat. Und das ist schon ziemlich krass. Und ich denke mal, einige von euch, die werden sicher nicht wissen, was Rollkommando heißt. Und für alle anderen zeige ich euch hier mal die Erklärung vom Polizeichef Rainer Wendt, wie er das Ganze sieht und wie es definiert wird. Mit Rollkommandos bezeichnet man Schlägerbanden von SA und SS, die in den besetzten Gebieten, die von den Nazis besetzt waren, die Bevölkerung unterdrückt haben. Und das vergleicht ein Vizekanzler mit dieser Polizei, die eine über 70-jährige demokratische Tradition mittlerweile hat und die da über jeden Zweifel erhaben ist. Die sind nicht eingebrochen. Die haben dort Gerichtsmaßnahmen vollstreckt. Und man sieht bei Robert Habeck, da kommt eben manchmal durch, dass die Grünen schon immer ein gestörtes Verhältnis zur Polizei hatten und auch immer noch haben. Wenn er da im Kreise seiner Gesinnungsgenossen sitzt, dann ist der ganze Staatsmann, er ergibt sich ja gerne als Staatsmann und als Minister und Vizekanzler. Aber da kommt dann doch die alte Steinerwerfer-Mentalität der Grünen durch, die mit der Polizei schlichtweg nichts anfangen können. Robert Habeck sollte sich jetzt mal wirklich und zwar schleunigst bei der Polizei entschuldigen. Ich finde, das wäre angebracht. Also meine lieben Zuschauer, wenn der deutsche Vizekanzler die deutsche Polizei als Nazitruppen bezeichnet, und das ist wofür der Begriff Rollkommando historisch steht, dann ist das für mich nicht nur ein politischer Skandal, für den sich Habeck entschuldigen muss, sondern das muss auch weitere Folgen haben. Ich meine, es ist ja gang und gäbe mittlerweile, dass die Grünen wirklich jeden als Rechtspopulisten und als Nazi bezeichnen, der nicht ihre Klimaagenda mitträgt. Aber so dermaßen offen hat es bisher noch keiner Grüner gesagt. Das ist wirklich einmalig. Und vor allem benutzte er diesen Begriff ja im Zusammenhang der Aktion der letzten Generation, also der Vereinigung, gegen die gerade polizeilich und richterlich wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt wird. Und Habeck hatte sogar das Wort terroristische Vereinigung benutzt. Also offenbar kennt er nicht mal den Unterschied zwischen krimineller Vereinigung und terroristischer Vereinigung, wobei ich sogar sage, die sind sogar beides, aber juristisch wird das gerade noch ausgestritten. Und beides sind einfach zwei völlig verschiedene Strafverhältnisse. Es gibt auch unterschiedliche Paragrafen dafür, weil bei einer terroristischen Vereinigung, da geht es schon um Mord und Totschlag. Und bei der kriminellen Vereinigung, da sind das, naja, mildere Straftaten. Und Habeck, muss ich sagen, kann wirklich von Glück reden, dass bei dieser Aktion eben kein Rollkommando vor Ort wäre. Weil hätten wir nämlich noch Rollkommandos in Deutschland, dann wären bei einigen Politikern schon längst die Samthandschuhe ausgezogen werden und sie wären dann sanft ihres Amtes enthoben worden. Und ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, welches politisches Nachspiel das Ganze haben will und ob endlich mal einer der Millionen Fehltritte von Habeck ausreicht, um ihn rauszuschmeißen. Weil jetzt sind wir schon bei einer Million und eins.